Ich lerne Deutsch. Nummer 12.819 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ohne Kommunikation gäbe es Missverständnisse. Ohne Kommunikation gäbe es Missverständnisse. Wenn ich im Schlafzimmer bin, lese ich gerne ein Buch vor dem Einschlafen. Optimismus ist eine Einstellung, die uns hilft, Herausforderungen zu meistern und unsere Ziele zu erreichen. Optimismus ist eine Einstellung, die uns hilft, Herausforderungen zu meistern und unsere Ziele zu erreichen. Möchtest du mein Eis probieren? Es ist Pistazie und Vanille. Möchtest du mein Eis probieren? Es ist Pistazie und Vanille. Kannst du mir einen Tipp geben, wie ich meine Haare elegant stylen kann? Kannst du mir einen Tipp geben, wie ich meine Haare elegant stylen kann? Kannst du mir einen Tipp geben, wie ich meine Haare elegant stylen kann? Oder soll ich sie so lassen? Exklusiv für unsere Mitglieder bieten wir Sonderkonditionen an. Exklusiv für unsere Mitglieder bieten wir Sonderkonditionen an. Manchmal sieht man zwei Regenbögen hintereinander. Manchmal sieht man zwei Regenbögen hintereinander. Das nennt man Doppelregenbogen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Soll dich die ganze Tage wieder auf. vez langt ein A featherskle some eines Na. Will man eine als Aufmerke하신. Wäh 00 Foto, was wir ehrlich gemacht. Und scheisse physisch ungeizungen. Mehr von anno ein Aufmerken auf Ruhe. Vielen Dank.